Hallo Freunde und Freundeline! Jawohl, jetzt wo die Sonne wieder rauskommt, tut es so ein bisschen, versteht? Da ist das ein richtiges Frühlingsgefühl. Ja, da kommt meine Frau Linz in richtige Wallung, da kommt sie in Gartenwallung. Aha, da will die Blümchenpflanze und Zwiebelchen setze und, ja, und das Salatbeet mache und so viel und so Sachen. Na ja, das ist alles Quatsch, machen wir Steingarten draußen, haben wir Ruhe, ja. Haha, da ist aber was los! Das macht meine Frau Linz aber gar nicht. Das hat die, dass wenn das jeder machen tut, dann gehen die Insekten komplett kaputt und so, dann bist du bekloppt, dann machen wir doch einen schönen Garten, da haben wir doch was davon. Und da sitze, aha, im Sommer draußen, in unsere schönen Blümchen und so und da haben die Bienchen was und die Schmetterlinge und so, ja. Haha, da hat die, ja. Ja, das ist alles Quark. Einfach sauber machen, Unkraut weg und dann Folie drüber stehen, drüber Ruhe ist. Haha, gut, dass meine Frau Linz da ist. Mann, 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 der wird richtige Wüste machen, dieses, dieser Unmensch. Ja, kein Verständnis, ja. Und, und es gibt auch jedes Jahr gibt's auch Krach um die Flieder, ja. Mein Herrscher, der schneit den immer ganz runter, meine Frau Linz da, die kannst du nicht ganz runter schneiden. Wir brauchen doch die Blüte. Ja, das heißt, mein Herrscher, ich bin ja kein Schmetterling, ne. Haha, ja. Ja, aber er kommt nicht an, er kommt nicht an. Gott sei Dank nicht. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss, euer Merlin.